Ja, moin zusammen, wir widmen uns heute mal wieder dem Thema Sandra Sikora. Ich habe ja vorgestern bereits ein Video über sie gemacht, beziehungsweise über ihre aktuelle Fragerunde. Daraufhin sind die Ereignisse auf Social Media ziemlich eskaliert und das müssen wir uns heute auf jeden Fall anschauen. Bevor wir beginnen, nochmal vielen, vielen Dank für eure ganzen Genesungswünsche. Das war super lieb von euch, hat auch was geholfen, denn heute geht es mir deutlich, deutlich besser, wie man, glaube ich, auch an meiner Stimme hört, die ist fast wieder normal und ich freue mich. So, volle Energie voraus. Wir machen es heute mal ein bisschen anders und simulieren eine Art Trash-Gerichtsverhandlung. Ich werde euch erstmal den Sachverhalt darlegen, denn es geht nämlich darum, dass Sandra behauptet, nach dem Eito-Dreh, der ja so ungefähr im Mai stattgefunden hat, noch was mit Paco gehabt zu haben. Paco streitet das vehement ab und bezichtigt Sandra der Lüge. Wir werden uns anschauen, was sowohl der Kläger, also Paco, als auch die Beklagte Sandra dazu zu sagen haben. Und dann werden wir uns alle Beweismittel anschauen, denn sowohl der Kläger als auch die Beklagte haben Beweise vorgelegt. Der Kläger in Form von mehreren Zeugenaussagen seiner Best Buddies, unter anderem, nee, wer war es? Marvin, Tisi und Mike. Genau, das schauen wir uns an. Und Sandra hat ebenfalls über eine Freundin eine Art Bildbeweis vorlegen lassen. All diese Beweise werde ich euch zeigen. Ihr werdet euch die anschauen und daraufhin euer Urteil fällen. Ich werde natürlich wie immer meine Meinung auch dazu sagen, was ich davon halte. Spoiler vorab, ich finde beide Beweislagen auf beiden Seiten, finde ich, ziemlich dünn. Aber mal gucken, was ihr dazu sagt. Und wenn wir damit fertig sind, dann werdet ihr euer Urteil fällen und das in die Kommentare schreiben. Los geht's. Mit den beiden Screenshots, die ich euch jetzt zeige, fingen alles an. Die habe ich euch vorgestern in dem anderen Sandra-Video schon gezeigt. Aber die beiden müssen wir uns trotzdem nochmal eben kurz ansehen. Für die Leute, die das alte Video nicht kennen und jetzt erst mit einsteigen. Paco hat eine Fragerunde gemacht, die er wie gewohnt recht ironisch, mehr auf lustige Art und Weise beantwortet hat. Und wurde unter anderem gefragt, leidest du unter Ängsten? Und er hat dazu gesagt, ja, nennt sich Sandra. Sie hat darauf reagiert und deswegen startete das ganze Drama. Sandra hat diese Story nämlich abfotografiert, in ihre eigene gepackt und dazu geschrieben. Ah, so ist das also. Sah nach der Show aber noch ganz, ganz anders aus, Paco-Lein. Paco fand das überhaupt nicht lustig, was Sandra da behauptet hat. Warum, wissen wir natürlich nicht genau. Eventuell, weil es tatsächlich eine Lüge ist oder weil es die Wahrheit ist, er aber nicht wollte, dass sie rauskommt. Er ist dann ein bisschen, ja, härter geworden im Ton, was er eigentlich auf Social Media nicht macht. Wie gesagt, auf Social Media hat er eigentlich immer so mehr Späße gemacht. Er wurde unter anderem dann gefragt. Sandra behauptet, da wäre nach Eito noch was gewesen zwischen euch. Stimmt das? Und Paco sagt dazu, ich kann euch versichern, dass nach der Show zwischen Sandra und mir definitiv nichts lief. Brief und Siegel. Die ganze Aufregung um Sandra ist nicht grundlos und unberechtigt. Es sind einige Dinge passiert, die man nicht so stehen lassen kann. Hinter den Kulissen sowie abseits dieser Show, auch auf eine Aktion, folgt eine Reaktion. Ausreden und Unwahrheiten mag ich gar nicht. So, was genau davor gefallen sein soll, darf er wahrscheinlich noch nicht sagen. Denn, ah ja, ihr werdet es gemerkt haben. Leider, leider kam ja die Wiedersehen-Show nicht gestern, sondern nur diese letzte popelige Final-Folge. Gut, die auch nochmal ganz interessant war, ne. Aber eigentlich wollten wir alle das große Wiedersehen-Schauen und jetzt müssen wir schon wieder bis nächsten Donnerstag warten. Hoffentlich wird die dann nochmal ein bisschen länger und nicht wieder irgendwie 50 Minuten, wovon 25 Minuten Rückblicke sind, was wir eh alle schon wissen. Aber, naja gut, warten wir mal ab. Bevor wir gleich zu den Zeugenaussagen und zu den Bildbeweisen kommen, wollte noch jemand von Paco wissen, wieso hast du so lange ein Bett mit Sandra geteilt, wenn du sie nicht im Ansatz gut fandest. Und er sagt, es war mir scheißegal, wo ich zur Ruhe komme. Ich habe bestimmt nicht darum gebeten, dass eine Kandidatin das Bett mit mir teilt. Solange ich ein Bett, ein Kissen und eine Decke hatte, konnte jeder machen, was er will. Wir haben ja mittlerweile schon ein paar Mal gehört in der Show, dass Tisi wohl der Bettenbeauftragte war, der immer bestimmt hat oder halt die Bettenaufteilung so koordiniert hat, dass jeder irgendwie einigermaßen zufrieden war. Der hat auch was dazu gesagt, das schauen wir uns dann gleich an, wenn Tisi dran ist. Dann wurde Paco richtig pissig, denn jemand, irgendein Follower, hat ihm eine Nachricht geschrieben und gesagt, das ist jetzt aber irgendwie ein Schmarrn. Ärgerst du dich so sehr über Sandra, dass du jetzt gar keinen Bock mehr hast und sie verleugnest? Und Paco sagt dazu, ich verleugne nichts. Ich komme nur nicht mit Unwahrheiten zurecht. Verständlich, verständlich. Es wurden Küsse ausgetauscht und den Stupser gab es auch, aber der Rest entspricht nicht der Wahrheit. Sandra ist mir nach wie vor unbekannt. Es haben keine ernstzunehmenden Dialoge stattgefunden. Ja gut, können wir natürlich schlecht beurteilen. Wenn er jetzt sagt, ich komme nur nicht mit Unwahrheiten zurecht und ich verleugne nichts. Ja, okay, ich erinnere mich da an jetzt, wann war das die letzte Matching Night? Nee, die vorletzte Matching Night, als rausgekommen ist, dass Paco und Sandra so halb Sex hatten, irgendwie eine Minute lang oder was auch immer, im Suff. Und Paco dann ja auch tatsächlich gesagt hat, boah, jetzt haben wir das so lange verstecken können und jetzt kommt das doch noch raus. Also da hat er schon mal versucht, eine Sache zu vertuschen. Heißt natürlich auch nicht, dass wir immer alles wissen müssen, aber das war ja schon mal eine andere Sandra-Geschichte, über die er froh war, dass sie nicht rausgekommen ist. Dazu erinnern wir uns an diese kleine Lüge ganz am Anfang in Bezug auf Paulina, als er behauptet hat, er wusste gar nicht, wie alt Paulina war, bevor er mit ihr rumgemacht hat. Das stimmte ja auch nicht. Das hat Aito, die Produktion, jeder Kameraschnitt hat das dann ja aufgedeckt, dass das auch nicht stimmte. Das heißt, Paco ist jetzt nicht so dafür aufgefallen, dass er es immer so genau mit der Wahrheit nimmt. Weiterhin hat Paco noch geschrieben, Zitat, Ich verlange nicht viel, dass nicht jeder 90 Kilo Hirnmasse besitzt, ist mir klar. Ja, das besitzt du auch nicht, das besitzt keiner. Vielleicht, nein, noch nicht mal ein Blauwall. Ich glaube, noch nicht mal von einem Blauwall ist das Gehirn 90 Kilo schwer. Naja, muss ich mal nachgucken. Aber eine gewisse Auffassungsgabe muss vorhanden sein. Zur Abwechslung mal ein Dextro Energy soll helfen. Meinerseits wäre es nie ein Thema gewesen, aber sie überschreitet Grenzen. Sie verkauft Geschichten, die nicht existieren. Also Paco bringt es hier so rüber, dass es so anders ist als mit dieser Sexgeschichte bei Aito. Dort hat er sich ja darüber geärgert, dass es rausgekommen ist, dass Sandra es ausgeplaudert hat. Und jetzt behauptet er, dass es überhaupt nicht passiert ist. Nach, also die andere Geschichte nach dem Dreh. Er hat dann noch eine Story hinterher geschoben und gesagt, okay, ich merke schon, ich steigere mich zu sehr rein. Ja, ziemlich. Passt nicht zu mir. Habe den Kindergarten vor einigen Jahren verlassen. Das Thema ist zu. Kann bei allem wegschauen, aber Märchen locken mich anscheinend aus der Reserve. PS kann es wieder auf öffentlich machen, kommt nichts mehr. Weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Vielleicht hat Sandra ihr Profil dann auf privat gestellt. Das kann ich jetzt gerade nicht beurteilen. Mir ist da nichts aufgefallen, weil ich hier sowieso folge und für mich dann kein Unterschied zu sehen ist. Sandra hat sich wiederum ebenfalls sehr über diese Storys geärgert und wir schauen uns an, was sie dazu zu sagen hat. Das wird ja immer lustiger hier, so ein Kindergarten. Also erstmal zu dem Thema, ob was lief oder nicht. Leute, ich habe es nicht nötig zu lügen. Also so geil ist er auch nicht, dass ich das erwinden muss. Und zu dem Thema mit den Betten. Wie kann man jetzt im Nachhinein sagen, dass einem das scheißegal gewesen wäre? Auf gar keinen Fall. Vor Ort war es nicht scheißegal. Vor Ort wurde sogar die ganze Zeit darüber gesprochen, wie toll er das findet, dass er gekrault wird von mir. Und dass ich das doch weitermachen soll. Und dass wir vorher noch, bevor wir ins Bett gegangen sind, duschen waren und so. Ich kann nichts dafür, dass es nur so gezeigt wird. Aber ich finde das sehr, sehr schwach. Jetzt im Nachhinein, warum auch immer, zu lügen und das Ganze irgendwie wegreden zu wollen, was da war. Also, boah, ganz, ganz schwach. Paco, ganz schwach. Ja, Sandra hält an ihrer Version fest und besteht darauf, dass nach dem Dreh noch was zwischen den beiden gelaufen ist. Was da genau war, wissen wir jetzt natürlich nicht. Es gäbe natürlich Gründe, die man sich vorstellen könnte, warum Paco nicht möchte, dass das in der Öffentlichkeit erzählt wird. Er ist ja bei Aitu quasi mit Alicia rausgegangen. Jetzt nicht als Pärchen, aber die beiden haben sich ja geküsst und gekuschelt und dies und das. Wir wissen natürlich nicht, wie es weitergegangen ist. Also, eventuell hat er auch noch was nach dem Dreh mit Alicia, ist dann aber zweigleisig mit Sandra gefahren oder hatte vielleicht was mit einer anderen. Das müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten, bis die Kandidaten offen darüber sprechen dürfen. Jetzt kommen wir, wie angekündigt, zu den Beweisen. Erstmal die Beweise des Klägers, denn Paco hat drei Zeugen geladen, die für ihn aussagen sollen. Marvin, Mike und Tizi. Wir starten mit Marvin. Was geht ab? Ich wollte auch mal was zum Thema Paco und Sandra sagen, weil ich sehe ja mittlerweile irgendwie, das geht jetzt viel rum. Es passiert ja gerade viel irgendwie um das ganze Thema und ich war ja immer dabei, beziehungsweise die beiden waren bei uns mit dabei, bei der Clubshow von uns. Und ja, ich kann da eigentlich schon dem Paco zustimmen, weil ich weiß ganz genau, dass Paco nichts mit Sandra hatte nach der Show und die waren auch gar nicht alleine oder sonst irgendwas. Die waren immer, wenn mit uns zusammen, aber nie irgendwie alleine, auch nicht alleine auf dem Hotelzimmer, weil Paco war sowieso immer mit mir. Von daher verstehe ich gar nicht, warum jetzt so rum erzählt, dass Paco noch mit Sandra nach der Show gehabt haben sollte. Beziehungsweise sagt sie selber, dass es nicht so ist und ich kann es bezeugen, dass da auf der Fall nichts war, damit ihr Bescheid wisst. So, das war Zeugenaussage Nummero Uno. Ich finde es, wie vorhin schon gesagt, ein bisschen dünn. Warum? Weil man nichts bezeugen kann, was man eben nicht gesehen hat. Marvin war natürlich nicht mit Paco nach dem Dreh 24-7 zusammen. Tag und Nacht hat sein Handy kontrolliert, dies und das. Das kann mir keiner erzählen, dass Marvin den ganzen Tag über mit Paco zusammen war und immer gewusst hat, was er treibt und alles mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Wir haben ja auch schon bei Aito gesehen, dass Paco tatsächlich eine Minute Sex mit Sandra hatte und keiner es wusste. Da waren die Jungs sogar mit im Raum und keiner hat es mitbekommen. Paco hat es noch nicht mal seinen Boys erzählt, sondern hat sich dann im Nachhinein darüber geärgert, dass es dann durch Sandra irgendwann aufgeflogen ist. Aber davon wussten seine Kumpels eben auch nichts, obwohl sie sogar mit im Raum waren. Das heißt jetzt selbstverständlich nicht, dass Sandra die Wahrheit unbedingt sagt. Es kann natürlich trotzdem sein, dass sie lügt. Das soll nur bedeuten, dass Marvin das eigentlich nicht wissen kann. Mit Sicherheit weiß er ein bisschen mehr über Paco als wir. Die beiden sind ja befreundet und mit Sicherheit hat er sich auch oft mit ihm getroffen. Aber ob da jetzt was gelaufen ist, kann Marvin eigentlich genauso gut beurteilen wie wir. Falls ihr euch erinnert, hat Sandra ja in ihrer Fragerunde, die wir vorgestern besprochen haben, gesagt, dass sie bei der Wiedersehen-Show sehr enttäuscht von einem Menschen war. Und dann habe ich ja ein bisschen überlegt, wer könnte das sein? Es muss ja jemand sein, mit dem sie sehr, sehr dicke war, dass derjenige sie so enttäuscht enttäuschen konnte. Und ich glaube mittlerweile, dass es Marvin war. Mir ist dann auch aufgefallen hier bei dem Video, dass er eben Paco markiert hat und Sandra nicht, sondern Sandra einfach nur als Namen ausgeschrieben hat. Kann daran liegen, dass er sie nicht markieren wollte. Kann aber auch daran liegen, dass er sie nicht markieren konnte, weil er bei ihr blockiert ist oder weil er sie selber blockiert hat. Ich habe danach geschaut, das seht ihr hier an der Seite, ob die beiden sich überhaupt noch folgen und das ist nicht der Fall. Wir wissen ja, dass die beiden sich sehr, sehr gut verstanden haben und irgendwas ist davor gefallen, ob das jetzt diese Sache war oder, nee, nicht nur diese Sache, es muss ja schon vorher gewesen sein. Ja, dass die beiden jetzt anscheinend nicht mehr miteinander befreundet sind. So, dann kommen wir jetzt zur zweiten Zeugenaussage zugunsten des Klägers und die stammt von Mike Heiter. Guten Abend, Leute, was geht? Ich wollte mal kurz was zu der Sache mit Sandra und Paco sagen. Alter Schwede, Mann. Die behauptet ja jetzt, dass die danach was gehabt haben und so und glaubt mir, das ist nicht so gewesen. Paco, mit Paco habe ich, glaube ich, am engsten Kontakt noch von allen so, am meisten und ich war mit ihm die ganze Zeit unterwegs und ich weiß, dass da einfach nichts gelaufen ist und nichts war und er auch kein Interesse irgendwie hatte daran irgendwie. Also, da stimme ich auf jeden Fall dem Paco zu, aber es geht ja gerade so viel rum irgendwie, keine Ahnung, was da gerade alles ist. Ja, oder auch in der Villa, dass er immer bei ihr stand, weil ich war so, naja, der hat eigentlich gar kein Interesse gezeigt und sie hat sich, glaube ich, immer da einfach zugelegt. Aber, nee, Mann, ich bin da voll auf Pacos Seite und irgendwie alles Bullshit. Ja, auch hier wieder dasselbe Problem wie beim Marvin Kleinen. Die Jungs können eigentlich nichts bezeugen, was sie nicht gesehen haben, sondern sie könnten es nur bezeugen, wenn sie es gesehen hätten oder tatsächlich 24 Stunden jeden Tag für Monate mit Paco zusammen waren und dann auch noch sein Handy kontrolliert haben und das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ein bisschen ähnlich wie die Geschichte mit Einhörnern. Gibt es Einhörner? Die meisten würden wahrscheinlich sagen nein und es ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Einhörner sich mal entwickelt haben, aber wir wissen es eben nicht. Es kann sein, dass es in irgendeinem abgelegenen Wald irgendwo auf der Erde Einhörner gibt, die noch nie von uns gesehen wurden. Das können wir nicht widerlegen. Wir könnten nur belegen, dass es sie gibt, falls irgendwer mal ein Einhorn sehen würde und das dann beweisen könnte. Und damit kommen wir jetzt zur dritten Zeugenaussage zugunsten des Klägers und diese stammt von Martini aka Tizi. Was ist los im Aito-Paradies, ne Freunde, wir haben heute noch finale, ich kükke von links, rechts, Nachrichten, TikToks, Anrufe von meinem Bruder Paco, er sagt, Bruder, was ist los, wie Leute erzählen die über mich und so und dies, das, tralala. So, das geht irgendwie darum, Paco wird jetzt irgendwie am Prang gestellt von wegen, ja hier, der wollte doch neben Sandra die ganze Schlafen und er ist ein Arschloch, er ist dies und das. So, nein, der Bruder wollte irgendwann nicht mehr neben Sandra schlafen. Wer hat das aber entschieden, dass er dort schläft? Ich. Und Steffen hat mir auch ein bisschen geholfen, weil wir waren so die Bettenkoordinator. Nummer 1, ich, dann kam Steffen mit mir. Es gab keine Betten mehr, deswegen musste da der Paco bleiben. So, irgendwann ist dann die Steffi ausgezogen, weil sie ein Parfumatch gefunden hat. Dann ist Steffen zu mir gekommen, weil so auf dem waren halt dicke Buddies da drinne und als da ein Platz frei war neben Alicia, ist Paco dann rübergezogen. Also, wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre es schon früher gegangen. Das war einfach so, das habe ich mit ihm immer kommuniziert und ausgetauscht so, aber es ging halt einfach nicht, weil es keine Betten mehr gab. Ende der Geschichte. Glaubt mir oder glaubt niemand. Point. Ich habe nichts gegen die Sandra, nichts, aber ich stehe für die Sachen, wo richtig sind. Und das ist jetzt einfach richtig zu sagen, nach der Show lief zwischen Paco und Sandra nichts. Da lief mit jemand anderes was. Aber der nette Herr, der wird sich dann auch frühzeitig melden und sich dazu äußern. Nach der Wiedersehen-Show. Und das ist nächste Woche. Leider, habe ich jetzt erfahren. Nächste Woche. Dann werden die sich dazu äußern und biefen, holt Popcorn raus und schaut dazu. Aber der Paco hatte nichts mit der Sandra nach der Show. Da lief was mit jemand anderes. Ich muss jetzt nach Hause, weil jetzt geht gleich Finale los. Wir sehen uns später. Also, zum ersten Teil, das kann Tisi sehr, sehr gut beurteilen, denn er war ja direkt involviert in diese Bettenverteilung, weil er eben einer der oder der Bettenkoordinator war. Kann sich dazu eindeutig äußern. Die Frage ist natürlich immer, lügt er aus irgendwelchen Gründen, weil er seinen Freund schützen will oder so. Aber das wollen wir ihm jetzt mal nicht unterstellen, sondern, keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er da die Wahrheit sagt. Einfach, weil er ja tatsächlich dieser Bettenkoordinator war, auch wenn das natürlich nicht gesichert ist. Aber den zweiten Teil kann er, meiner Meinung nach, ebenfalls genauso wenig beurteilen, wie zuvor Marvin und Mike. Warum? Weil auch Tisi nicht 24 Stunden am Tag die ganze Zeit mit Paco zusammen ist und ihn überwacht und alles weiß, was in Pacos Leben abging. Tisi hat ja auch gesagt, dass Paco nach der Show etwas mit einer anderen Person hatte. Das schließt natürlich nicht aus, dass er eventuell auch was mit Sandra gehabt haben könnte. Wie gesagt, das ist auch kein Beweis dafür, dass Sandra hier die Wahrheit sagt. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Selbst wenn Paco die Sache mit Alicia weitergezogen hat oder mit irgendwem anders, heißt das ja nicht, dass das automatisch bedeutet, mit Sandra sei nichts mehr gelaufen. Vor allem, weil wir ja auch wissen, dass Paco jetzt bezüglich seiner Frauengeschichten, auch wenn ich ihn von den Shows ganz korrekt finde so und da nichts Schlechtes sagen kann, aber die Frauengeschichten waren ja immer schon so ein bisschen merkwürdig bei ihm. Sowohl die Sache mit Bianca damals, als auch dann die Sache mit Jelis und Melissa sind ja alle nicht so positiv geendet. Das, was Tisi hier gesagt hat, wäre für mich persönlich eher ein Hinweis darauf, dass Sandra eventuell doch recht haben könnte. Denn wenn zwischen Paco und jemand anderen nach der Show noch was gelaufen ist, sagen wir jetzt einfach mal Alicia, weil er ja da mit ihr so involviert war jetzt am Ende der Show, sagen wir mal, mit Alicia ist es weitergegangen, aber Paco ist zweigleisig gefahren mit Sandra. Dann hat er natürlich ein großes Interesse daran, dass das nicht rauskommt und dass eben die Öffentlichkeit und Alicia nicht erfahren, dass er, ja, während er eine hatte, noch was mit einer anderen hatte, weil das natürlich nicht so toll für seinen Ruf wäre. So, heißt natürlich, wie gesagt, nicht, dass das stimmt. Das muss man natürlich immer wieder dazu betonen, aber es würde Sinn ergeben. Ja, was sagt Sandra zu der ganzen Geschichte? Ich glaube, dass Sandra jetzt erstmal mit ihrem großen Statement noch abwarten will, bis nach der Wiedersehen-Show, denn dann dürfen ja alle frei reden, reden darüber, was noch passiert ist. So, sie hat dann aber ein Bild vom Ice-Hockey gepostet und hier diesen Schläger auf dem Spielfeld markiert und was ganz Lustiges dazu geschrieben, wie ich finde, und zwar, wieso fühle ich mich gerade hier auf Insta wie dieser Schläger? Alle machen ihre Storys und ich will einfach nur aus dem Spielfeld geholt werden. Wer sich allerdings tatsächlich dazu geäußert hat, ausführlicher und auch einen Bildbeweis vorgelegt hat, ist ihre Freundin Betty Ort. Betty Ort ist eine Influencerin, ich kann euch nicht viel zu ihr sagen, weil ich persönlich nur Leuten folge, die halt auch im Trash-TV vertreten sind und Betty war, soweit ich weiß, jetzt noch nicht im Trash-TV, also auf jeden Fall kenne ich sie nicht, aber sie ist sehr, sehr gut mit Sandra befreundet und postet auch ab und zu mal, was Trash-TV angeht, beziehungsweise was Sandra angeht. So, und ihre Freundin Betty hat Screenshots von Paco, die ich euch am Anfang gezeigt habe, in ihre eigene Story gepackt und etwas dazu geschrieben, was da lautet. Egal, was zwischen den beiden war, ich finde die Art und Weise, wie sich hier ausgedrückt wird, ganz unmöglich. Sah für mich auch zu keinem Zeitpunkt danach aus, dass man ihn zu irgendwas gezwungen hat oder er irgendwas zwanghaft dulden musste. Ja, das sah für mich jetzt auch nicht so aus. Klar, wir haben gesehen, wie Paco zu Sandra gesagt hat, klipp und klar, ich sehe keine Beziehung mit dir, da ist kein Potenzial, ich kann mir den nicht als meine Partnerin vorstellen. Das war sehr, sehr gut, dass er ihr das so deutlich gesagt hat. Nichtsdestotrotz kann es natürlich bedeuten, dass er trotzdem gerne mit ihr gekuschelt hat, trotzdem gerne mit ihr geknutscht hat oder so. Das eine muss ja das andere jetzt nicht unbedingt ausschließen. So, und damit kommen wir jetzt zum angekündigten Bildbeweis und wie vorhin schon angekündigt, ich finde auch diesen Beweis recht schwach und die Beweislage ein bisschen dünn, genauso wie mit den Zeugenaussagen. Es geht hier nämlich darum, dass Betty einen Screenshot ihres WhatsApp-Chats gepostet hat, ihres Chats mit Sandra. Und auf diesem Screenshot sieht man, dass Sandra ihr am Freitag, den 16. Juni 2023, also eindeutig nach dem Dreh, ein Foto geschickt hat von ihr und Paco, wie die beiden einen Videocall gemacht haben und sich da gegenseitig Küsschen zugeworfen haben. Ihre Freundin Betty schreibt dazu, Sandra wollte aktuell nichts dazu sagen, aber sie hat mir eh okay für das hier gegeben. Es reicht jetzt mal. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich es nicht ausstehen kann, wenn Leute etwas abstreiten und lügen. So, das wird jetzt auf beiden Seiten behauptet, dass der jeweils andere lügt. Um es mit Pakos Worten zu sagen, Ausreden und Unwahrheiten mag ich gar nicht. Brief und Siegel, das ich als gute Freundin von Sandra mitbekommen habe, dass da sehr wohl noch was lief bei den beiden. Und jeder, der gerade meint, er muss auf den Zug aufspringen, um den Bro zu unterstützen, ihr seid Witzfiguren. Ein Marvin war sogar an dem einen Wochenende dabei, aber wie so oft war viel Alkohol im Spiel, oh jetzt steht hier was drüber, was steht denn da, wissen die echt nicht mehr, was da mit wem was hatte. Ne, wer da was mit wem was hatte. Sorry, das ist so ein bisschen, da ist Schrift drüber. Oder ein Pako will seine weiße Weste schützen. Ja, am besten wäre natürlich eine Zeugenaussage einer Person, die zum Beispiel bei diesem besagten Abend dabei war. Ich glaube nämlich, oder es hört sich so an, als wäre Betty selber nicht dabei gewesen, sondern als hätte Sandra ihr von diesem Abend erzählt. Und da kann es natürlich auch sein, dass Sandra ihr erzählt hat, ey, ich hatte was mit Pako, was eventuell auch gar nicht gestimmt hat. Deswegen, Betty scheint es mit ihren eigenen Augen jetzt auch nicht gesehen zu haben. Aber diese Zeugenaussage ist schon mal ein bisschen hilfreicher, denn wie gesagt, man kann eigentlich nur was bezeugen, was man wirklich gesehen hat und nicht, was man nicht gesehen hat. Ich persönlich finde aber auch nicht, dass dieser Bildbeweis jetzt heißen muss, dass Sandra tatsächlich was mit Pako hatte. Es kann auch einfach sein, dass die beiden sich gut verstanden haben und sich als Kumpel so ein Bussi durch den Bildschirm zugeworfen habe. Das mache ich bei euch ja auch immer. Nicht nur an meine weibliche Followerin, sondern natürlich auch an die männlichen. Küste für euch alle. Für mich zeigt das eigentlich nur, dass die beiden auf jeden Fall keinen Streit miteinander hatten, sondern sich gut verstanden haben. Sie haben einen Videocall zusammen gemacht und haben den Videocall sogar anscheinend beendet mit einem Bussi. Also, böses Blut schien da auf jeden Fall noch nicht zu laufen. Ob da aber was anderes gelaufen ist, was jetzt so in die sexuelle Richtung geht, das ist die andere Frage. Marvin Kleinen, den wir ja vorhin schon gehört haben, hatte dann, nachdem Betty diese Storys gepostet hat, auch nochmal was dazu zu sagen. Das schauen wir uns jetzt an. Weil ich ja immer noch, so Freunde, weil ich ja immer noch Naschen kriege zum Thema, warum hast du ja alle Sandra, warum geht ihr jetzt alle auf Sandra oder was auch immer. Ich persönlich habe nichts gegen Sandra. Also, ich habe mich auch bei Aitu super mit ihr verstanden. Es sind einfach nur ein paar Dinge passiert, die nicht cool waren. Das werdet ihr beim Wiedersehen nächste Woche hören und dann werdet ihr das verstehen, warum meine Position so eingestellt ist zurzeit. Und, ähm, ja, ne, ich wollte einfach nur damit sagen, ey, Paco hatte nichts mit Sandra. Das heißt nicht, dass ich irgendwie jetzt Sandra hate oder sonst irgendwas. Ich will einfach nur, dass die Wahrheit, äh, die Wahrheit bleibt und dass da nicht rumgelogen wird. So. Und es tauchen ja auch jetzt Screenshots auf, wo, äh, wo Paco so macht zu Sandra und so. Das war gar nicht an Sandra gerichtet, sondern das ging an Carina. Und, ähm, ich war ja selber dabei. Und deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum da so drüber diskutiert wird. Also, wie gesagt, es wird hier niemand gehasst, niemand wird gehatet oder sonst irgendwas. Es soll einfach nur bei der Wahrheit bleiben. Mehr nicht, Leute. Alles easy. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich an Carina gerichtet war. Ich weiß auch nicht, an welche Carina das gerichtet sein sollte. Aber man sieht ja hier ganz eindeutig, dass in dem Moment, als Paco und Sandra diesen Kuss gemacht haben, Paco auf seinem Bildschirm war und Sandra auf ihrem Bildschirm und beide eben diesen Kuss gemacht haben. Ähm, ja, man hätte auch einfach sagen können, dass dieser Kuss eben einfach nur freundschaftlich gemeint war, weil die beiden sich danach noch gut verstanden haben, aber eben, äh, in sexueller, sorry, oh, ich muss husten. Nein, doch nicht. Dass auf sexuelle Art und Weise doch nichts mehr zwischen den beiden lief. Schwierig zu beurteilen. Und da das doch schwierig zu beurteilen ist, seid ihr jetzt gefragt. Ihr kennt meine Meinung dazu. Ich habe sie ausführlich dargelegt. Und jetzt will ich wissen, was denkt ihr darüber? Ihr seid jetzt die Richter. Was ist euer Urteil? Schreibt es in die Kommentare. Das war es auf jeden Fall mit der Paco-Sandra-Geschichte. Aber stopp noch nicht abschalten, denn Sandra kriegt nur von den Jungs gerade überall einen drauf, sondern auch von anderen Kandidaten, was nichts mit Paco zu tun hat, sondern damit, dass sie ja, äh, diskussieren da aktuell ein paar TikToks, die entstanden sind. Ich zeige euch jetzt mal zwei TikToks. Bei dem ersten, wundert euch nicht, da habe ich den Ton weggeschnitten, weil ich nicht weiß, ob der rechtlich geschützt ist. Der stammt auf jeden Fall nicht von den Leuten hier, sondern scheint aus irgendeinem Film zu sein. Und deswegen, ihr kennt das, ne, Urheberrecht und so, werde ich, ähm, den Ton hier jetzt mal wegschneiden. Aber bei dem zweiten, das ist original von Sabrina und Steffi aus der Staffel. Da werde ich euch den Ton zeigen. Hats off! Hats off! Hats off! Hats off! Ja, die TikToks sind nicht so gut angekommen, wie man sich das wahrscheinlich erhofft hat, denn die Kommentare waren zum großen Teil eher negativ. Hier mal ein paar Beispiele. Jemand hat unter das TikTok mit, ähm, Sabrina und Steffi geschrieben, selber nicht besser gewesen in der letzten Staffel und jetzt seinen Mund aufmachen. Jemand anderes hat geschrieben, hat nicht letztens Steffi noch mit Sandra gechillt auf so einem Festival. Und eine andere Person schreibt, Steffi war mir eigentlich sympathisch, aber es hat immer abgenommen. Das wollte Steffi allerdings nicht so auf sich sitzen lassen und hat ein kurzes Statement auf Insta veröffentlicht. Ähm, das da lautet, Leute, bitte hört auf, mir dieses Video zu schicken und zu sagen, ich würde mobben. Sorry, aber das ist das allerletzte. Ich hab euch jetzt ein kleines Statement dazu gepostet, weil es nervt. Ich würde niemals gegen Sandra schießen. Ich hab sie gern und mir ist das egal, was ihr von ihr denkt. Zu mir war sie immer korrekt. Mich langweilt dieses Online-Aufeinander-Losgehen. Wir haben alle ein Telefon und etwas zu klären. Dieses Profil hier bin ich privat, so wie ich bin. Ich will hier keinen Streit, kein Mobbing oder sonst so'n Scheiß. In diesem Sinne einen schönen Abend und hört endlich damit auf, im Netz hinter eurem Drecks Handy zu hetzen. Es ist zum Kotzen. Ja, also Steffi ist sehr, sehr sauer und prinzipiell stimme ich ihr da auch zu, was Hetze im Internet und so betrifft, weil ich finde auch, dass das echt zu viel ist, was auf Social Media manchmal abgeht. Auch gerade, was in Bezug auf Sandra gerade so abgeht, also oder schon seit irgendwie ein, zwei Wochen. Man kann echt viel an Sandra kritisieren, sowohl was damals Tempation Island anging, aber das ist jetzt mittlerweile Schnee von gestern, als auch ihr Verhalten bei Aito, was natürlich aktuell ist. Das Verhalten zum Beispiel in den Spielen fand ich auch nicht cool und ich glaube, mich hätte es auch echt genervt, wenn Sandra, dass Sandra solche Sprüche gebracht hat, wie, ach, ich dachte, er wäre besser oder da habe ich mich halt verschätzt und so, weil ich ihr persönlich das nicht abgenommen habe und ich finde, sie bietet an sich genug Angriffsfläche, die man eben sachlich kritisieren kann, aber die Richtung, die das so einschlägt, auch mit den Kommentaren und das jetzt wirklich irgendwie so gefühlt, alle auf Sandra draufgehen, das finde ich auch ehrlich gesagt zu viel. Letzter Screenshot für heute, dann haben wir es auch geschafft mit diesem Video. Steffi hat dann noch selber ein Screenshot von ihrem Statement unter diesem TikTok-Video von Sabrina gepostet. Ich lese das kurz vor. Ach nee, erstmal vielleicht hier noch. Jemand hat erstmal geschrieben, und warum darf man sie mobben? Jetzt vielleicht lacht sie nicht, um zu zeigen, dass sie gekränkt ist. Ähm, ja, das vermute ich, also nicht das mit dem Mobbing, sondern ich vermute auch, dass Sandra vieles macht und überspielt, um ihre wahren Gefühle nicht so wirklich zu zeigen, vor allem, wenn ihr etwas unangenehm ist. Das hat man beim Temptation Lagerfeuer schon mit Tommy gesehen. Da fand ich ihr Verhalten auch echt nicht cool, wie sie sich da am Lagerfeuer verhalten hat. Aber wie letztes Mal schon gesagt, jedes Verhalten hat immer Gründe, und ich glaube, dass diese Gründe irgendwo irgendwie bei Sandra in der Vergangenheit verankert sind und sie scheint in unangenehmen Situationen so ein bisschen auf Gegeneingriff zu gehen, indem sie das so ein bisschen überspielt, lacht darüber, irgendwie blöde Sprüche so ein bisschen bringt und das scheint ihre Art zu sein, damit umzugehen, die nicht cool ist und was, glaube ich, eine Sache wäre, woran sie gut arbeiten könnte. Denn jeder von uns hat Sachen, an denen man arbeiten kann und sich weiterentwickeln kann. So, und jetzt zu Steffi. Sie schreibt, kurzes Statement dazu. Ich wusste, dass wir ein TikTok drehen, da waren alle mit im Raum bei der Reunion. Der Text, der dabei steht, ist nicht von mir. Und sie meint den Text, das eben Sabrina geschrieben hat, wenn die Aito-Gruppe wieder mal versucht, Sandra etwas zu erklären. Heißt, Steffi hat dieses TikTok mit Sabrina gemacht und wusste aber nicht, dass Sabrina einen Text über Sandra dazu posten würde. Steffi schreibt weiterhin, ich wusste in dem Moment nicht mal, was Sabrina zu dem Video schreibt. Ich bin da raus, weil Sandra eine Freundin von mir ist. Das hört's auf, war ein Insider bei uns in der Villa und das wollte Sabrina eben als TikTok. Ich muss sagen, ich kaufe Steffi das ab, ich glaube ihr das, weil es einfach schlüssig ist. Also, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass, wenn sie mit Sandra befreundet ist, wirklich so offen jetzt gegen sie schießt, ist auch eigentlich nicht Steffis Ding, hat sie die ganze Staffel über und auch in der letzten Staffel nicht gemacht. Sie hat sich ab und zu so Sachen geäußert, aber sie war nie eine derjenigen, die irgendwo draufgehauen hat, sondern eher im Gegenteil mal gesagt hat, so macht mal ein bisschen Piano und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie hier die Wahrheit sagt, dieses TikTok mit Sabrina gemacht hat, mit diesem Insider, der, keine Ahnung, ich verstehe ihn nicht, aber das ist ja bei Insidern ganz, ganz oft so, dass er nur lustig für die Leute ist, die dann auch bei der Insider-Entstehung dabei sind und dass sie einfach nicht wusste, dass Sabrina etwas zu Sandra, etwas über Sandra dazu schreibt. So, und das war's mit diesem Video. Wir haben's geschafft und ich bin jetzt mega, mega gespannt auf eure Kommentare beziehungsweise auf euer richterliches Urteil. Schreibt das auf jeden Fall unten rein und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, drücke euch ganz doll und sende euch einen weiteren Bazillenkuss durch den Bildschirm. Tschüss!